Hallo, die Faroe East Island Regierung setzt sich über das Grundgesetz der Europäischen Union hinweg. Die haben die Tierschutz- und die Zivilschutzrechte gebrochen und ich frage euch, bitte schreibt Briefe, Bittbriefe an Angela Merkel, damit diese sich einsetzt für die Wale und für Sea Shepherd Conservation Society. Danke, macht's gut.